hallo und herzlich willkommen zu einer neuen episode vom alles im griff im online marketing podcast in dieser heutigen quicktipp episode möchte ich drei tipps mit dir teilen für deine content planung das heißt wenn du dich damit schwer tust deinen content zu planen gerade auch dein longform content dann ist diese episode genau das richtige für dich bis gleich hallo und herzlich willkommen bei alles im griff im online marketing mein name ist silke schönweger und in diesem podcast erfährst du als online selbstständige und unternehmerin wie du mehr ordnung in dein marketing chaos bringen und mit weniger aufwand mehr wunschkunden gewinnen kann in diesen quick tipps zeige ich dir wie du in nur fünf minuten ein wichtiges learning für dich und dein business mitnehmen kannst viel spaß dabei ja hallo herzlich willkommen zu dieser episode 79 das alles im griff im online marketing podcast wie gesagt heute soll es um drei tipps für deine content planung gehen und zwar möchte ich dir eine grundlegende struktur mitbringen wie du dein content planen kannst und welche ja gedanken du dir bei der content planung machen solltest der tipp nummer eins ist dass du vom groben zum feinen plant das klingt jetzt erstmal total logisch aber das wird tatsächlich von vielen missachtet dieser tipp ja wichtig ist dass du deine planung stufenförmig anlegst das heißt du überlegst dir als allererstes welchen long form content du erstellen möchtest und gehst dann über in den short form content also long form content sind klassischerweise so sachen wie blog artikel podcast episoden videos und short form content ist dann sowas wie social media posts oder stories oder reels und das wie gesagt das klingt auf den ersten blick so einfach auf der anderen seite sehe ich eben auch viele online selbstständige die ganz viel auf social media machen und vielleicht die anderen kanäle eben vernachlässigen also da wäre mein tipp tatsächlich lass die long form content kanäle nicht ganz außen vor liegen sondern beachte sie unbedingt bei deiner planung tipp nummer zwei ist beachte launch phasen oder verkaufs phasen ja das bedeutet dass jeder content den du erstellst und da ist es egal ob es long form content oder short form content ist sollte zielgerichtet sein das heißt er sollte langfristig auf das ziel zu einem bestimmten zeitpunkt etwas launchen zu wollen ein angebot ja verkaufen oder vorstellen zu wollen ja hin hin arbeiten ja um es mal so zu sagen das heißt aus meiner sicht ist es am einfachsten wenn du dir einen terminkalender nimmst beziehungsweise einen jahreskalender und dir überlegst wann du welches angebot launchen möchtest und dann zählst du zurück drei monate und da fängst du an genau auf diesen auf dieses angebot auf diesen launch hin content zu erstellen und wie gesagt da wieder vom groben zum fallen du fängst mit dem long form content an und daraus ergibt sich automatisch dann der short form content ja wenn du erst zwei wochen vor dem launch anfängst passenden content zu erstellen dann ist das zu spät und das weiß ich aus eigener erfahrung ja sondern es geht darum dass du das bewusstsein deiner audience oder deiner deiner bubble oder deiner newsletter leser schon weit im vorfeld schärfst und sie bewusst oder unbewusst auf das kommende angebot aufmerksam machst und da ist es viel viel einfacher mit themen zu winken oder mit guten blog artikeln oder guten podcast episoden als dass du jedes mal sagst ich will das oder das verkaufen also noch mal vom groben zum fallen planen und unbedingt bei der planung deine launch phasen beachten tipp nummer drei ist super super wichtig von allen drei der wichtigste tipp ist mache stets den realismus check auch da kann es sein dass du jetzt innerlich ein bisschen die augen verdreht und dir denkst was sollen das jetzt das ist doch gar kein richtiger tipp doch das ist es denn ich sehe das ganz ganz viel bei meinen kundinnen oder auch in meiner bubble die also alle sind wir ambitioniert und alle haben wir ganz viel vor und ganz viel zu tun und ambitioniert ist gut verstehe mich nicht falsch ja ambitioniert ist sehr gut aber eine ständige überforderung ist schlecht das heißt mein tipp ist setze dir ambitionierte aber machbare ziele und überprüfe ob du das überhaupt schaffen kannst das heißt wenn du zum beispiel sagst ich möchte jetzt jede woche ein youtube video erstellen möchte dazu einen passenden blog artikel schreiben und möchte mindestens dreimal auf social media posten dann muss ich dich fragen zumindest wenn du kein team im rücken hast ist das tatsächlich machbar kannst du das schaffen kannst du das leisten und willst du das auch leisten und ist es notwendig dass du sagst dass du das leisten möchtest natürlich ist es gut viel content zu erstellen aus meiner sicht ist es aber viel viel wichtiger regelmäßig content zu erstellen das heißt mach unbedingt den realismus check und wenn du wenn du auch nur den hauch einer eines zweifels hast dass du das über wochen jede woche durchhalten kannst und zwar inklusive vorbereitung von folgen für fälle in denen du krank wirst oder in urlaub gehst wenn du auch nur den hauch eines zweifels hast dann ändere den rhythmus ja dann veröffentliche lieber alle zwei wochen oder auch alle drei wochen aber in einem rhythmus der ambitioniert ist aber der nicht ständig an überforderung grenzt und das ist glaube ich der aller aller wichtigste tipp für deine content planung und wenn du das gefühl hast du kannst es alleine nicht das fällt dir schwer dann hol dir hilfe du kannst mich jederzeit anschreiben wir treffen uns via zoom zum beispiel und besprechen deine redaktionsplanung ich stell dir zwei drei fragen und dann weißt du ob das klappt oder nicht ja das ist dass diese chance kann ich dir oder diese möglichkeit kann ich dir anbieten dass du dich mit mir in verbindung setzt und wir sprechen darüber so und das waren sie die drei tipps zur content planung relativ kurz heute relativ knackig wir hören uns wieder nächste woche in einer neuen episode von alles im griff im online marketing ich freue mich darauf und lass es dir gut gehen eine schöne restwoche tschüss